Willkommen auf der neuen Berlinale und hier ist schon richtig was los am Potsdamer Platz. Und wann ist denn überhaupt schon mal was los am Potsdamer Platz? Eigentlich nur, wenn die Berlinale ist. Und hier leuchtet schon die Disco-Kugel. Die ersten Stars treffen ein zur Eröffnungsskala, die auch wirklich hochkarätig besetzt ist. Und wir senden hier live vom Potsdamer Platz. Und natürlich ist Berlin auch, wie immer, ein bisschen chaotisch. Also vorne hat man erstmal die Straße aufgerissen. Rechtzeitig zur Berlinale herrscht überall noch Pendel- und Schienenersatzverkehr. Dass die Fans hierher gefunden haben, ist auch ein Wunder. Aber es sind doch ganz schön viele. Nach der Pandemie gibt es doch offenbar wirklich wieder ein bisschen Sehnsucht nach dem Kino. Und die Berlinale hat dieses Jahr auch wirklich doch einiges getan, um die Leute wieder ein bisschen zu begeistern. Dass nicht jeder nur noch so bei Netflix vorm Fernseher sitzt, ja, oder vorm Handy und Instagram beim Tagesspiegel guckt. Sondern vielleicht auch mal wieder ins Kino geht. Und die Berlinale wartet hier auch mit vielen Stars, zumindest heute zur Eröffnung. Also Christen Stewart ist da, wirklich ganz Hollywood-Größe. Hat hier auch schon eine tolle Pressekonferenz heute absolviert, heute Morgen. Und ist hier schon umjubelt worden, bevor es überhaupt losgeht. Und auch andere Hollywood-Stars werden erwartet heute zur Eröffnung. Sean Penn zum Beispiel. Das ist wirklich ein Coup, der der Berlinale gelungen ist. Nämlich mit Superpower den Film zu bekommen, den, glaube ich, alle Festivals auf dieser Welt gerne als Weltpremiere gehabt hätten. Superpower ist ein Film, der gedreht worden ist von Sean Penn während des Ausbruchs des Ukraine-Kriegs. Und der dann natürlich einen ganz anderen Verlauf genommen hat, dieser Film. Und der feiert hier zum Jahrestag, zum traurigen Jahrestag des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, eben hier Weltpremiere. Und Sean Penn wird hier heute da sein und auch ein paar Eröffnungsworte sagen. Und auch Woldomir Zelensky, der Präsident der Ukraine, ist heute hier live zugeschaltet. Die Berlinale ist ja immer ein sehr politisches Festival. Ja, bei allem Glanz und Disco-Kugel geht es hier auch wirklich um ernste Themen in der Welt. Es gibt einen großen Schwerpunkt, was die ukrainischen Filme betrifft. Es gibt sehr viele Filme und auch Exil-Schauspielerinnen aus dem Iran, die jetzt hier eintreten für die Freiheitsrevolution. Und so sorgt sich doch die Berlinale immer sehr um das Wohl der Welt und zeigt eben, dass Kino jetzt nicht nur zur Unterhaltung da ist, sondern eben auch ein Ausdruck von Freiheit ist. Zumindest wenn man in einer Diktatur lebt und sonst ja eigentlich auch. Ja, was ist zu erwarten? Mehr als 200 Filme. Es waren auch schon mal 400 bei früheren Berlinalen. Aber vielleicht ist es auch nicht schlecht. Da waren nämlich oft auch Sachen dabei, naja, die habe ich schon wieder vergessen aus den letzten Jahren zum Glück. Und man kann natürlich immer bei der Berlinale auch in irgendeinem isländischen Experimentalfilm landen. Oder in irgendeiner komischen Komödie aus Hongkong, wo sich die Leute die ganze Zeit die Köpfe einschlagen. Gut, das muss man mögen. Aber manche mögen das ja auch. Und für jeden und jede ist ja eigentlich immer was dabei auf der Berlinale. Jetzt war, glaube ich, die Frage aus der Community. Die Sophie ist ja hier auch hinter der Kamera. Ihr seht sie nicht, aber sie hat natürlich die Fragen von euch mitgebracht. Wie kommt man denn jetzt an Karten? Früher gab es ja immer die langen Schlangen hier am Potsdamer Platz. Da haben die Leute zum Teil kampiert, schon die Nacht vorher, um dann als Erster und Erste die Tickets zu bekommen. Nun haben wir ja die Pandemie überlebt und das Einzige, was wir bisher daraus gelernt haben, ist, es geht ja auch alles online. Also gibt es jetzt Berlinale-Tickets nur online, jeden Tag ab 10 Uhr unter berlinale.de. Kostet allerdings auch saftige 15 Euro so ein Film. Dann muss man sich natürlich auf so ein Experiment einlassen. Und wenn man dann 10 Filme guckt oder so, dann geht das natürlich schon gut ins Geld. Andererseits, wann erlebt man mal sowas, dass man in ein Kino geht, dass ein Kino voll ist, es kommt auch keine Werbung, es kommt der schöne Berlinale-Vorspann. Und dann kommt irgendwas aus der weiten Welt und man kann was lernen über sein eigenes Leben und wie die Menschen ganz woanders leben. Und eben viel auch über sich selbst und deswegen gehe ich zum Beispiel auch sehr gerne zur Berlinale. Ja, was es nicht mehr gibt, sind Tageskassen und wir haben jetzt schon von Leserinnen und Lesern gehört vom Tagesspiegel, dass es da auch schon Betrugsfälle bei Ebay gibt, wo die Leute versuchen Berlinale-Tickets zu verkaufen und dann wird aber eigentlich nur abgezockt und die Tickets werden nicht weitergegeben. Das werden wir natürlich alles auch recherchieren, wie wir überhaupt beim Tagesspiegel versuchen werden. Alles für euch und für sie zu recherchieren, was wichtig ist für die Berlinale, welche Stars kommen. Ein toller Star kommt noch, Steven Spielberg kriegt den Ehrenbären hier nach der Hälfte der Berlinale. Und natürlich dann wird die Frage sein, wer den Wettbewerb gewinnt mit den goldenen und silbernen Bären. Also das ist das eine. Aber natürlich auch Sachen, die vielleicht nicht funktionieren. Kann die Berlinale wirklich ihren Platz in der Stadt halten? Man hat jetzt in der Stadt nicht mehr viele Plakate gesehen, die Werbung dafür machen. Es gibt auch viele Wechsel bei den Sponsoren der Berlinale. Also ich denke mal, es ist auch nicht so leicht, so ein großes Filmfest zu organisieren und auch so zu organisieren, dass man halt keine Miese macht. Also vielleicht auch deshalb sind die Ticketpreise ein klein bisschen höher. Na gut, was ist noch zu erwarten an tollen Filmen? Das ist natürlich die Frage, die jetzt noch vielleicht alle wissen wollen. Erstaunlicherweise gibt es viele deutsche Filme. Es ist ja eigentlich ein internationales Festival, aber viele deutsche Filme versuchen das Sprungbrett der Berlinale zu nutzen für ihre Premieren, um dann die Aufmerksamkeit zu haben und dann ins Kino zu kommen. Christian Petzold stellt zum Beispiel seinen neuen Film vor, Roter Himmel. Da ist sicherlich was Tolles zu erwarten. Ich persönlich freue mich auf Adult. Das ist ein amerikanischer Film, so eine Art Nachfolgefilm von Juno. Juno war eine wirklich herzliche, herzzerreißende Coming-of-Age-Geschichte. Naja, jetzt sind die Schauspielerinnen und Schauspieler von damals ein klein bisschen älter geworden und mal sehen, wie es ihnen heute als Adult gilt. Auch spannend. Naja und ansonsten natürlich großer Schwerpunkt Ukraine-Iran und da bin ich auch gespannt, was da kommt. Es gibt auch eine kurdische Regisseurin, die ein Krimi gemacht hat, genau in diesem Erdbebengebiet, wo jetzt eben das schlimme Erdbeben gewütet hat und die türkischen Behörden auch gegenüber den Kurdinnen und Kurden auch nicht immer jede Hilfe zuteil werden lassen. Also es werden auch viele politische Themen hier weiter diskutiert und es ist eigentlich auch ganz gut, so ein Filmfestival ist immer auch so ein bisschen Nachdenken über die Welt, in der wir gerade leben und vielleicht die Welt, in der wir gerade leben wollen. Was kann ich noch empfehlen? Einfach mal vorbeikommen, sich ein Autogramm holen, ist allerdings eine Menge los und gar nicht so einfach, wie ich hier gerade sehe. Aber vielleicht hat man auch einfach mal Lust, habt ihr vielleicht einfach mal Lust, euch auf ein Experiment einzulassen in den nächsten zehn Tagen. Geht zum Beispiel mal zu einem Generationenfilm, also da sind viele aus dem Kinder- und Jugendprogramm wirklich immer sehr lustig. Das Kino lacht und trampelt natürlich vor lauter Kindern und Jugendlichen. Oft junge Liebesgeschichten, ist ja immer was fürs Herz, das Kino, das ist ja auch toll daran. Und ansonsten einfach mal auf was einlassen, was man sich sonst vielleicht nicht angucken würde. Und einfach mal was lernen über die Welt, das ist das Schöne an der Berlinale. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ich denke mal, wir sehen uns hier bestimmt auch bald mal wieder auf diesem Kanal. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch Fragen gibt, Sophie. Was ist dieses Jahr anders an der Berlinale? Also es gibt eine traurige Nachricht. In der Pandemie gab es ja einmal eine Sommerberlinale, weil man im Winter das alles nicht machen konnte, wegen der Ansteckungsgefahr. Und die fand dann auf der Museumsinsel statt, bei bestem Wetter, immer nur abends. Das war natürlich eigentlich herrlich für die Fans, muss man sagen, in den ganzen Freiluftkinos der Stadt. Ja, die traurige Nachricht also ist, das war nur eine Ausnahme. Wir haben wirklich auch als Tagesspiegel alles versucht, das doch herbeizuschreiben. Aber nun gut, so mächtig ist dann der Tagesspiegel doch nicht. Das liegt daran, dass es hier so einen engen Filmfestival-Kalender auch gibt. Also vor den Oscars, nach den anderen großen europäischen Festivals ist die Berlinale eingereiht. Und viele Regisseurinnen und Regisseure takten ihre Filme auch darauf hin, dass sie eben bei einem dieser Festivals auch eine Premiere haben. Also das heißt, das Besondere ist, es ist so wie früher, nämlich alles wieder im Februar. Es ist ja diesmal ein bisschen wärmer, das ist ja schon mal ganz angenehm. Und andererseits ist das Besondere eben, was ich vorhin schon erwähnt hatte, es gibt keinen Kartenverkauf mehr analog. Und auch keinen Weiterverkauf, was man sicherlich noch für die nächsten Jahre ändern sollte. Aber alles läuft digital und die ganzen Filmfans, die treffen sich eigentlich erst vor dem Kino. Früher haben die sich schon in der Schlange getroffen oder auf dem Festivalgelände. Und jetzt ist es so, wirklich direkt vor dem Kino trifft man dann wieder die Leute, die man jedes Jahr da sieht. Und dann philosophiert man ein bisschen über die Filme. Und hast du den schon gesehen und hast du dafür noch Karten oder kannst du mir irgendwie helfen? Du kriegst eine Karte dafür und ich krieg eine Karte dafür. Und so treffen sich viele dann wieder. Ich glaube, das Besondere ist auch, dass es jetzt wieder doch einige größere Partys gibt. Die gab es natürlich die letzten Jahre, wenn dann überhaupt so eine Art Notberlinale in der Pandemie stattgefunden hat. Und kaum. Jetzt sind wieder größere Partys angesetzt. Auch heute Abend noch, heute Nacht im Hotel Stew am Tiergarten. Da bin ich dann heute Abend auch noch. Da sind auch sehr viele Stars dann. Und da werde ich natürlich auch nochmal ein paar frische Eindrücke dann mitbringen für euch. Also insofern, ich glaube, das Besondere ist, dass die Berlinale wieder versucht, in die Normalität zurückzukommen. Wie vielleicht alle Menschen jetzt. Und trotzdem ist ja diese Normalität nicht so, wie sie früher war. Und alles hat sich ein bisschen verändert. Und ich glaube, auch die Berlinale merkt, dass man als Filmschaffende natürlich noch mehr ums Publikum kämpfen muss. Es gibt tausende andere Sachen, die sich die Leute in der Pandemie ausgedacht haben, die eigentlich auch schön sind. Spazieren gehen oder Sport machen oder einfach zu Hause rumhängen und streamen. Und wie lockt man jetzt die Leute wieder hin? Natürlich durch große Ereignisse und durch besondere Filme. Und die werden wir alle beschreiben. Und dann liegt es eigentlich nur noch an euch und an Ihnen, die auch mal wirklich anzugucken. Und es macht schon mehr Spaß, wenn man das mit mehr Leuten macht, Leuten, die man nicht kennt, in einem Kino sich überraschen zu lassen. Was denn jetzt gleich als nächstes passiert in der nächsten Szene? Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was im Hintergrund passiert? Wie ist das organisiert? Warum wir mal ein bisschen da? Ja, also hier sieht man den großen roten Teppich. Der ist jetzt vor zwei Tagen hier installiert worden. Jetzt mit Disco-Kugel. Ist natürlich schön. Also das Leben geht weiter. Das ist großartig und begrüßt uns hier wieder zurück. Die Stars kommen alle einzeln. Da gibt es einen richtigen Ablaufplan. Natürlich wie bei großen Fußball-Weltmeisterschaften und anderen Ereignissen auch. Damit natürlich jede und jeder einen kurzen Fotospot hat. Es gibt im Pressezentrum auch Aushänge, wann kommt welcher Star wohin, wo kann man ein Foto machen, wo kann man eine kurze Frage stellen. Und dann hetzt man wieder zum nächsten. Also wenn man es unbedingt darauf anlegt, hier mit möglichst vielen Stars zu sprechen, kann man das machen. Aber immer sehr kurz und immer sehr eng getaktet, wie das nun mal so ist bei diesen Stars. Die haben ja alle keine Zeit. Die müssen ja auch alle irgendwie Geld verdienen und bekannt werden. Aber weil sie bekannt werden wollen, sind sie hier auch mal wieder so ein bisschen zum Anfassen dabei. Und das ist eigentlich auch schon toll. Nun muss man sagen, dass die Berlinale nicht der Star-Hotspot ist. Also es sind diesmal auffällig viele aus Hollywood dabei und dann viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Ist aber auch nicht so schlimm. Das Star bei der Berlinale ist meist wirklich immer das Publikum. Das ist das größte Publikumsfestival der Welt. So viele Zuschauerinnen und Zuschauer hat kein Festival, was Filme anbietet. Es ist auch in Deutschland das größte Kulturereignis, was es gibt. Deswegen wird es auch groß finanziert von der Bundesregierung, die hier heute auch vertreten ist. Deswegen sind hier auch viele Sicherheitskräfte. Also gleich vier Mitglieder der Bundesregierung sind heute hier vor Ort. Auch weil eben Herr Selensky zugeschaltet wird. Also unter anderem wird Wirtschaftsminister Robert Habeck da sein. und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Noch ist sie es ja. Also kommt sie. Ich denke mal auch als Oppositionsführerin wäre sie eingeladen. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt und welche Laune sie heute hat, wird man ja dann auch sehen. Ja, was machen wir als Tagesspiegel? Wir schlagen uns zehn Tage und Nächte um die Ohren, um das Beste für euch auf allen Kanälen rauszubringen. Online seht ihr halt jeden Tag unsere Kolumnen, unsere Analysen, Porträts, Interviews mit den Stars oder auch mit Menschen, die wirklich besonders interessant sind, eben aus dem Iran oder aus der Ukraine, die wirklich was erzählen aus ihrem Leben. Es gibt Regisseure, die kommen direkt von der Front. Die haben selber als Soldatin oder als Soldaten an der Front gekämpft und hatten noch einen Film nebenbei fertiggestellt und stellen ihn jetzt hier vor. Solche Leute stellen wir dann auch im Tagesspiegel vor. Und ich persönlich schreibe meine tägliche Kolumne, meist nächtlich schreibe ich die dann irgendwann, damit die dann täglich erscheint. Bin auf vielen Partys, auch so besonderen Events. Es gibt so eine 20er Jahre Filmtour und solche Dinge, die auch irgendwie ein bisschen zeigen, was Berlin auch für eine Filmstadt ist und Kinostadt. Das will ich natürlich auch ein bisschen reportieren. Wir haben eine Leserinnen- und Leserjury, diesmal im zweiten Wettbewerb Encounters. Die gucken sich alles an und prämieren dann einen Preis der Berlinale. Also beim Tagesspiegel kann man immer was erleben und kann auch mit ins Kino kommen. Wir haben natürlich auch Gewinnspiele. Wir haben viele Sachen, die man sich angucken kann auf den Social-Kanälen. Hier, dank tollen Leuten wie Sophie, die euch hier schon mit ersten Videos versorgen. Also wir sind hier wirklich die ganze Zeit live und rund um die Uhr vor Ort. Und wenn was passiert, denke ich mal, hoffe ich doch, sind wir die Ersten, die es mitbekommen. Und ihr seid dann die Zweiten. Ja genau, ich muss jetzt gleich Schluss machen, weil ich muss rechtzeitig durch die Sicherheitskontrollen und dann auch in den Saal noch reinkommen. Denn das ist auch eine Besonderheit bei der Berlinale, eine schöne Besonderheit. Man darf nicht zu spät kommen, da kommt man nicht mehr rein. Und zwar in keinem Film. Also bitte immer den Pendelverkehr, Ersatzverkehr mit einberechnen, dass man auch wirklich pünktlich dann da ist oder am besten mit dem Fahrrad fahren, weil bei der Berlinale kommt man danach nicht mehr rein. Das heißt, ich muss dann pünktlich da sein. Dort spreche ich natürlich noch mit vielen Leuten, versuche die Stimmung so aufzufangen. Vielleicht auch eben gerade jetzt von den Politikerinnen und Politikern aus Berlin, die ja nun gerade auch noch nebenbei in Koalitionsverhandlungen sind oder eigentlich sind sie nebenbei bei der Berlinale und jetzt in Sondierungsgesprächen. Aber eben auch gucken, was dann hier sonst noch passiert. Danach gibt es so eine kleine Eröffnungsgala, die wird ein bisschen kleiner ausfallen. Also so ein kleiner Empfang danach, weil es hier Brandschutzvorschriften, die sind erhöht worden bei der Berlinale und die Sicherheitsvorschriften. Und dann gibt es eben heute Nacht noch eine Promi-Party im Hotel Stew. Da werde ich dann auch noch hingehen. Ja und dann irgendwann, wenn ich zu Hause bin, dann schreibe ich gleich die nächste Kolumne und dann schlafe ich mal ein paar Stunden und dann geht es morgen schon wieder weiter mit den nächsten Filmen. Gut, dann sage ich vielen Dank und toll, dass ihr dabei wart. Und ich würde sagen, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich gehe jetzt erstmal rein zur Berlinale und schreibe euch dann, was alles los ist hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Nein, ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Und ich danke.